I tell them everywhere, anywhere, fuck, what's really good, mach my hood. I tell them everywhere, anywhere, fuck, what's really good, mach my hood. I tell them everywhere, anywhere, fuck, what's really good, mach my hood. Achtung, alle Einheiten. Wir haben ein kurz-lecht-objekt, das ist Weihnacht anverhalten. Die Einwahlreitung weist alle freien Einheiten an, auf TLC-2 umzuschalten und auf Empfang zu gehen. Verdächtiger fährt eine blaue-weiße. Klaus ihn ein und lasst ihn nicht entkommen. Wir treiben ihn in die Ecke. Gabi Struvex, bis nach Rettung, erledigt. Er ragt über den Campus. Versuchen wir ihn einzukreisen. 10,50 ist genehmigt. Achtet genau auf die Vorschlüsse. Wir drängen ihn von der Straße. 4-2, bitte meldet eure aktuelle Lage. Er macht keine Anstolten anzuhalten. Äh, Einwahlreitung soll entscheiden, wie wir vorgehen. Dichtbar 137. Spiegel 30, ich mach ihn fertig. Der Verhase hat gerade jemanden gerannt. Sieht aber nicht weiter schlimm aus. So. Ich schlage den Kerl fest. Alle Einheiten am Standort halten. Fass zur Seite. Ich kriege ihn nicht. Der Katz mit allen Tricks. Dieser Zug geht einfach nicht an. Okay, ich blockiere ihn. Der Katz mit allen Tricks. Der Katz mit allen Tricks. Los Sierra 1 werden den Einsatz verfolgt und vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg eine Sperre errichtet. Dein Warn ist noch immer fahrbereit. Okay, schnappen wir uns den Kippen. Haltet euch bereit, ihn zu blockieren. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Ich kann ihn nicht überholen. Nicht kontakt verloren. Standby. Wir haben ihn. Lähen uns von hinten. Da ist der Vermächtige. Wir schließen auf. 10.33, Routineunterstützung zwecklös. Brauche sofort Code 3, Verstärkung. Verstärkung ist in wenigen Minuten da. Zentrale, ich habe alle Einheiten verloren. Brauche mehr Unterstützung. 3DF 10, ich bin in 60 Sekunden da. 3DF 10, ich fahre direkt hinter ihm. Plan mich hinein. 4DF 10, ich bin in 60 Sekunden da. 4DF 10, ich bin in 60 Sekunden. Zentrale brauchen mehr Einheiten für den Einsatz. Für Dahlen, die wir töten. Der Verdächtige hat sich einfach durch die Straßensperre geschlängelt. Wir sind immer noch auf Code 3, lassen Sie wischt. Verfolgereinheiten, Achtung. Wir haben eine Straßensperre vor euch errichtet. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge geknacht! Ich habe meine gesamte Verstärkung verloren! Ist doch jemals verfügbar! Ja, ich bin gleich da. Oder was aber ist. Ich glaube, wir starten eine 10.75, wenn ich ihn überholen kann. BW 32, bitte melden. Einsatzleiter ist vor Ort und bittet um Lagebericht. BW 32, bitte melden. Einsatzleiter ist vor Ort und bittet um Lagebericht. Ich muss gerade Armstolzen anzuhalten. Einfachleisen zu entscheiden, wie wir vorgehen. Begleitet für die Fläche wieder einfach zurück. BW 32, bitte melden. Zentrale 10.33 Einsatzwagen verloren! Wiederhole, Einsatzwagen verloren! Hier ist durch die Schwarzensperre gefahren! Hier ist Sierra 1, wir haben den Einsatz verfolgt und vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg eine Sperre errichtet. Ich habe das Gebiet ab und ich habe ihn verloren! Einheiten auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in südlicher Richtung auf der Abfahrt Campus. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. Zentrale, hier ist 3G10, vordere 10.85. Ich bin ganz alleine in diesem Sektor. Zentrale, hier sieht es nach einem möglichen 10.50 aus. Wir werden jetzt unseren Sektor nach Süden verlagern. Vielleicht ist er an uns vorbei gekommen. Zentrale, hier sind wir schon angekommen. In 있어 haben wir tatsächlich die Schwarzensperre gefahren. Das ist ein konzert, der Stützen zur Verfügung steht. Was ist das die Schwarzensperre gefahren? So, das ist in Ordnung der Sektor. Das ist das, was die Schwarzensperre gefahren. Also, eins der Schwarzensperre gefahren hat zu sein. Wir ziehen zu mir immer zu auf der Sektor über eine Abfahrtus. So, wie gefahren, geht's?